In dieser Sonderausgabe von Meistens ungeschminkt zeige ich dir mein persönliches kleines Streamingstudio und du kannst sehr wenig hinter die Kulissen schauen. Viel Spaß dabei! Mein Name ist Sascha Heide von Hirschfeld Touristik Event und mit dieser Ausgabe von Meistens ungeschminkt möchte ich euch mal ganz ungeschminkt mein kleines Streamingstudio hier in Berlin im Tempodrom vorstellen. Also, wie ihr seht, befinde ich mich in der großen Arena vom Tempodrom. An der Stelle mal vielen Dank an das Tempodrom, das wir von hier aus produzieren durften. Ich habe die letzten Tage und Wochen ganz viele Partner aus der Eventbranche interviewt zum Thema aktuelle Corona-Krise, wie gehst du damit um, digitale Formate, was machst du. Aber ich möchte euch jetzt hier auch mal ein bisschen zeigen, was man hier alles machen kann. Denn im Tempodrom bietet sich es perfekt an, in diesem kleinen schönen Studio, dass du auch deine Veranstaltung hier produzieren kannst. Denn, Vorteil, bis die nächsten Wochen und Monaten ist es sehr schwierig, Veranstaltungen zu organisieren, wo Menschen sich treffen. Und das digitale Format gewinnt immer mehr an Bedeutung. Und hier hast du die Möglichkeit, morgen quasi zu starten. Es geht quasi darum, nur ein bisschen den Content zu produzieren. Was willst du gerade rüberbringen? Aber die technischen Möglichkeiten hast du hier in unserem Studio eigentlich perfekt, findest du vor. Jetzt gehe ich mal eine kleine Runde hier durchs Tempodrom, weil Vorteil ist an der Stelle, ich habe jetzt mal hier ein bisschen das Baulicht angemacht, dass man quasi hier hinten rum quasi absolute Größe hat und quasi hier mit dem Bus reinfahren könnte. Autopräsentation, hier ist alles möglich. Hier hinten siehst du, aufgebaut, eine von unseren großen weißen Wänden, die du quasi für Pressekonferenzen nutzen kannst. Das kann hier direkt reingebaut werden und dann kann man das in Nullkommanix quasi umgestalten, so wie man es braucht. Es gibt natürlich eine Videoregie, die man hier nochmal ganz kurz sieht, was man alles klar ein bisschen braucht für Video, Ton, Licht. Das ist alles vorgesehen, was man machen kann. Wir haben hier im Tempodrom eine dicke Internetleitung und man kann hier quasi wunderbare Formate machen. Worauf eins möchte ich noch mal eingehen, klar, man kann hier verschiedene Sachen machen, von Pressekonferenzen, virtuelle Events und so weiter und so fort, aber wofür das Tempodrom hier absolut, sage ich mal, geeignet ist, ist auch quasi diese Bühne. Das heißt, Livestream zu sagen, okay, ich kann auch mal hier eine Band oder einen Künstler oder wen auch immer auf die Bühne stellen, ist hier perfekt geeignet. Das heißt, man kann hier Folgendes machen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich mache das Jahresmeeting, die Jahresauftakttagung und verpacke das auch mit anderen Inhalten, zum Beispiel Gamification. Das heißt, wir haben hier eine große Fläche, wo wir die Leute, die Teilnehmer, interaktiv mit reinholen können in unser Geschehen. Wir können so sagen, okay, Mittagspause, eine Stunde, kann hier eine Band aufgebaut sein, die dann einfach nach Hause ein bisschen einen kleinen Soundfall spielt. Also hier gibt es Möglichkeiten, die sind schier unbegrenzt. Vorteil ist, ist alles drin, ist alles fest eingebaut, es ist alles die letzten Wochen von mir getestet worden. Dann könnt ihr euch anschauen, von meistens ungeschminkt, die ganzen Videoreihen, die wir produziert haben. Und immer, wenn wir nicht interviewt haben oder ich nicht interviewt habe, habe ich die Zeit genutzt, um hier alle technischen Möglichkeiten einfach mal auf Herz und Nieren zu checken. Also, Tipp an euch, wenn ihr etwas vorhabt, digitaler Art und Weise, ruft mich an, schreibt mir eine E-Mail und dann können wir direkt ins Gespräch kommen. Und sehr gerne binde ich hier meine Partner ein, die mich hier bei dem Projekt schon super unterstützt haben. Da ist auch wahnsinnig viel Know-how drin und wäre schade, wenn ihr das nicht nutzt. Also, mein Name ist Sascha Heide von Hirschfeld Touristik Event. Kontakt steht hier unten. Viel Spaß wünsche ich euch mit den Formaten, die ihr macht. Wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt oder eine Idee braucht, ruft mich an und dann helfe ich euch weiter. Bis bald. Achso, und wenn ihr noch Zeit habt jetzt, dann schaut euch vielleicht das ein oder andere Interview von meistens ungeschminkt noch an. Ciao, ciao. Ciao.